Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Massen erwachen im Jahr 2021 und eure Rolle darin. Der neuntdimensionale Arktorianische Rat durch Daniel Squanton. Am 14. März 2021. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der Arktorianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir legen in dieser Zeit großen Wert darauf, euch allen zu helfen, mehr Zugang zu euren eigenen spirituellen Gaben und Fähigkeiten zu bekommen, weil wir so viele Massenerwachen im Jahr 2021 kommen sehen können. Und wenn die Massenerwachen stattfinden, wird es so viele Individuen geben, die nach Führung, Heilung und einem besseren Verständnis der Erfahrungen, die sie machen, suchen werden. Sie werden mehr Lehrer brauchen, mehr Heiler, mehr Channeler, mehr Hellseher, mehr Intuitive, mehr Menschen wie euch, die erkannt haben, dass ihr so viel zu bieten habt. Und wenn ihr so viel zu bieten habt, es aber noch nicht wisst, dann braucht ihr ein wenig Hilfe. Ihr braucht einen Stupser von euren Freunden in der neunten Dimension. Nun, wir sind immer bestrebt, euch mehr zu geben, aber ihr müsst offen und empfänglich sein für das, was wir geben. Das ist der Grund, warum wir euch zu dieser Zeit von unserem Schwerpunkt erzählen. Es ist, weil wir wollen, dass mehr von euch eure Aufmerksamkeit auf den Zugang zu den Gaben und Fähigkeiten richten, die ihr in euch habt. Und wir wissen, dass viele von euch das schon früher versucht haben, aber ohne Erfolg. Jetzt befindet ihr euch in einer Zeit, in der euch energetisch viel mehr zur Verfügung steht und so viel mehr Unterstützung um euch herum, einschließlich der Unterstützung eurer früheren Lebensselbste, die Zugang zu diesen Gaben und Fähigkeiten hatten. Und wenn ihr sie integriert, bekommt ihr das Gute mit dem Nichtzuguten, aber ihr habt auch die einzigartige Gelegenheit zu fühlen, wie es sich anfühlt, ganzer und vollständiger zu werden. Das Nichtzugute, auf das wir uns beziehen, ist das, was ihr aus dem vergangenen Leben aufarbeiten und klären müsst. Aber es lohnt sich, diese Traumata und Tragödien loszulassen und ihr werdet die Erleichterung spüren, ihr werdet von der Integration profitieren und ihr werdet Teile von euch kennenlernen, die sehr wundervoll und hilfreich sind. Teile von euch, die herumgeistern und nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet haben, um integriert zu werden. Das ist etwas anderes, womit wir euch natürlich helfen werden. Wir sind diejenigen, die den Helfern helfen und ihr seid diejenigen, die den Neuerwachten helfen werden, die ein Teil der Klasse von 2021 sein werden. Sie werden diejenigen sein, die aus ihrem langen Schlaf erwachen und ihr werdet da sein, um sie mit offenen Armen zu empfangen, denn das ist es, was eine erwachte Person tut. Wir sind der Arktorianische Rat und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich. Vielen Dank. Vielen Dank.